Als einziger Passagier in einem Flugzeug, also mir ist es noch nie passiert. Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Ihm schon. Alexander Simon, 28 Jahre jung, aus Ischgl, der hat für ein 60 Euro Ticket einen ganzen Chat bekommen. Ein Fall von zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei der richtigen Fluglinie. Einmal in drei Jahren ist die Philippine Airlines auf der Strecke Manila-Borakai so schlecht gebucht, wie eigentlich bei dir, Alex. Und wie war das, wie du dann in den Flieger reingestiegen bist? Ich habe mich echt wie ein König gefühlt. Das war einfach Hammer. Da habe ich mich hingesetzt und dann saß ich da und die Frau guckt und lacht, lacht mich an und dann sagt sie, also sie können sitzen, wo sie wollen. Sie sind die Einzige heute. Die haben mir echt gedacht, ich bin berühmt und habe ich das ganze Flugzeug für mich selbst verserviert. Muss schon ein cooles Gefühl sein. Also die berühmten 15 Minutes of Fame haben beim Alex insgesamt 70 Minutes gedauert. Und sein Superstar-Video haben wir online auf oe3.orf.at. Coole Sache. Hier ist Ö3. Weiter geht's mit dem besten Musikmix für Österreich. Wenn... ...